Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, herzlich willkommen hier aus Düsseldorf. Die nächsten drei, vier, fünf Minuten wollen wir uns mal wieder in die Welt der Charts begeben. Und für die heutige Sendung habe ich den Nasdaq 100, also die Hochtechnologie aus den USA, vorbereitet. Und der Nasdaq ist mit einem Kursplus von 14 Prozent äußerst erfolgreich, äußerst fulminant in das neue Börsenjahr 2023 gestartet. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, das war so ein bisschen die Achillesferse im vergangenen Jahr. Die Technologiewerte, die Wachstumswerte, die in besonderem Maße unter dem Zinsanstieg des Jahres 2022 zu leiden hatten. Und deswegen ist nun die große Frage, die absolute Gretchenfrage, hat der Nasdaq 100 die Wende zum Besseren vollzogen? Und wir wollen uns auf eine charttechnische Spurensuche begeben. Fangen wir mit dem Blick auf den Wochenchart und der längerfristigen Perspektive an. Hier kam es zuletzt wirklich zu einer Reihe von bemerkenswerten charttechnischen Signalen. Wir haben die 200-Wochen-Linie 11.615 Punkte zurückerobern können. Der gute Jahreschart sorgt in der Folge dafür, dass wir den Abwärtstrend seit Januar vergangenen Jahres zu den Akten legen konnten. Und last but not least, und das ist vielleicht das stärkste Signal überhaupt mit dem Sprung, über die Marke von 12.000 Punkten haben wir eine untere Trend-Wende-Formation etabliert. Also wir haben einen sogenannten Doppelboden, ein unteres Umkehrmuster vorliegen und charttechnisch damit tatsächlich die Wende zum Besseren vollzogen. Wenn ich jetzt hergehe und die Höhe dieser Formation messe und an das Ausbruchslevel, an die besagten 12.000 Punkte nach oben projiziere, dann lande ich perspektivisch bei einem Kursziel von 13.700 Punkten. Und da wird die ein oder andere Investorin, der ein oder andere Investor ein Déjà-vu haben. Dieses Level hat nämlich schon mal in der Vergangenheit, konkret im Sommer vergangenen Jahres, eine Rolle gespielt. Also es gibt hier eine doppelte, in Anführungszeichen, doppelte Attraktivität, dieses Anlaufziel bei 13.700 Punkten. Und die Wende zum Besseren wird noch von einem weiteren Aspekt getragen. Wir haben zuletzt eine deutliche Verbesserung bei der Marktbreite gesehen. Also wenn wir uns auch viele Einzeltitel aus dem Nasdaq 100 anschauen, dann hat hier schon eine substanzielle Verbesserung stattgefunden. Können Sie auch daran erkennen, in den letzten Tagen im HSBC Daily Trading wirklich eine breite Anzahl, eine breite Basis von Einzelwerten aus dem Nasdaq 100, die eben ebenfalls zum Mutterindex untere Umkehrformationen ausgeprägt haben. Und ich mache noch ein Beispiel in Sachen Marktbreite. Wir haben untersucht, wie viele Einzeltitel aus dem Nasdaq 100 im Wochenbereich derzeit über ein MACD-Kaufsignal verfügen. Es sind 75 Prozent, also wirklich eine sehr, sehr solide Marktbreite gegenwärtig, die vorliegt und damit auch die Ausbruchssignale im nackten Chartverlauf, in Anführungszeichen, bestätigt und trägt. In der Summe sind die charttechnischen Aussichten für die Technologiewerte sehr, sehr konstruktiv gegenwärtig. Und das bleibt, solange nicht die eingangs erwähnte langfristige Klettung bei gut 11.600 Punkten erneut unterschritten wird. Das war die charttechnische Einschätzung des Nasdaq 100. Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Morgen, 8. Februar, haben wir mittags um 12.00 Uhr zur besten Sendezeit ein Online-Seminar HSBC Daily Trading Live. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die spannendsten Charts analysieren und auf den Prüfstand stellen. Und als besonderes Bonbon habe ich eine neuere Anwendung des MACD für Sie vorbereitet. Also ein absoluter Klassiker aus der Indikatorenwelt. in einem neuen Gewand. Herzliche Einladung. Morgen, 8.02.12 Uhr, HSBC Daily Trading Live. Und nähere Informationen zu diesem Online-Seminar finden Sie auf unserer Webseite hsbc-zertikarte.de. So, und das soll es tatsächlich für heute gewesen sein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss hier aus Düsseldorf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020